Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video Tutorial. Heute zeige ich euch, wie ihr mit einem einfachen Tool einen relativ coolen Bildeffekt erstellen könnt. Und zwar werden da alle Farben in kleine einzelne Dreiecke aufgeteilt. Was ich genau meine, sehen wir gleich. Ich zeige euch jetzt erstmal, was ihr dafür braucht und dann fangen wir auch mal direkt an. Als erstes braucht ihr dafür einen Browser, um euch das Tool runterzuladen. Ich habe die Seite mal unten in die Beschreibung gemacht. Die heißt dmash.thedoffel.com. Das ist diese Seite hier und zwar sehen wir hier auch schon den Effekt, den wir am Ende erzielen wollen. Und zwar löst er quasi die ganzen Bilder in so 3D, ja, sagen wir mal Dreiecke auf und das funktioniert relativ gut. So, wenn ihr jetzt hier runter scrollt, dann seht ihr auch erstmal, was ist das, wer hat das hier erfunden und wie funktioniert das. Hier ist ein englisches Tutorial auf Vimeo schon. Ich mache jetzt aber nochmal ein deutsches, damit ihr es auch versteht. Und hier seht ihr auch schon den Effekt. Ihr nehmt ein normales Bild, ersetzt diese Punkte und, ja, wählt dann eben aus diesen Punkten, generiert der eben, ja, so, ja, so ein Bild eben. Seht ihr hier unten, es geht auch noch abstrakter und man kann das in der Pro-Version auch exportieren und anderswertig benutzen. Hier sind wir schon im Download-Bereich. Könntet ihr auch hier oben im Menü draufklicken. Und hier gibt es drei Versionen. Einmal D-Mesh-Free, dann einmal D-Mesh-Pro und dann D-Mesh für iPhone. Wir benutzen jetzt hier die Windows-Version. Die gibt es aber auch im Mac-Store umsonst. Die Pro-Version hat dann noch mehrere Exportmöglichkeiten sowie mehr Kontrolle über eben, ja, über das Bild. Aber uns reicht jetzt auch erstmal die kostenlose Version. Die kann man dann hier runterladen unter Windows-Version-Download-Free. Dann kriegen wir eine ZIP-Datei. Die habe ich hier schon mal auf dem Desktop. Die müsst ihr entpacken und dann kriegt ihr das Programm. Und mit dem Programm können wir dann zum Beispiel ein Bild so umwandeln, wie wir das hier gerade auf der Seite gesehen haben im Beispiel. Ich nehme jetzt heute mal ein Bild vom Luke Palmer. Der hat jetzt dieses Foto hier gemacht und das werden wir umwandeln. So, was wir jetzt als erstes machen müssen, ist, ja, das Programm öffnen und wir sehen uns im Programm wieder. Wenn wir jetzt im Programm sind, werden wir mit so einem Startbildschirm begrüßt und hier sehen wir auch schon direkt das Interface. Normalerweise ist das im Fenstermodus. Ich habe das jetzt mal im Vollbildmodus geholt, damit wir es alles ein bisschen besser uns angucken können. Hier dieses Menü kann man rumbewegen, indem man hier auf den Rahmen drückt und hier sind einzelne Punkte. Die gehen wir jetzt mal von oben nach unten durch. Wir haben hier einmal über das Programm und ob man die Pro-Version kaufen kann. Dann einmal ein Bild laden, das Bild speichern, das Bildformat, in dem wir das speichern, den Bildbereich, den wir speichern, die Hintergrundfarbe, die Deckkraft der Punkte, die ihr gleich sehen werdet, die Punktfarbe und die Einstellung zurücksetzen. Hier haben wir die automatischen Punkte, ihr seht das gleich alles noch, alle Punkte zurückziehen, also, ne, was soll ich denn sagen, alle Punkte entfernen und hier unten noch weitere Einstellungen, die werden wir aber jetzt erstmal nicht brauchen. Und hier unten ist noch der Radiermodus. So, was wir jetzt als erstes machen, ist ein Bild laden. Ich habe euch ja eben schon das Bild gezeigt, das wir benutzen werden und zwar ist das von Luke Reimer, Reimer, Palma, Palma war es, genau, Palma, ich weiß nicht genau, auf jeden Fall ein sehr cooles Bild. Dann machen wir mal jetzt Doppelklick drauf und laden uns das hier rein und wir sehen schon, er macht automatisch, wenn wir ein Bild laden, ihr habt ja das Originalbild gesehen, er setzt er automatisch schon so Punkte. Das sind diese orangen Sachen hier und da ist auch eben die Farbe, die können wir jetzt ändern, wir könnten die jetzt zu einer anderen Farbe setzen, die lasse ich jetzt aber erstmal so orange, das ist eigentlich ganz gut, auch gerade bei dem Bild. Nur wenn ihr dann eben ein oranges Bild habt, dann kann das manchmal ein bisschen stören, dann könnt ihr es ändern. Aber wir sehen hier, eigentlich hat er jetzt schon einen relativ guten Job gemacht. Was mir noch nicht so gut gefällt, ist hier unten der Bereich, der ist ein bisschen kahl, aber sonst ist das eigentlich sehr gut. Und wir sehen schon, jetzt habe ich gerade was gemacht und zwar habe ich einen Linksklick auf die Taste gemacht und mit jedem Linksklick setze ich einen weiteren Punkt. Und wir sehen automatisch, er passt die Farben im Bereich an. Das heißt, wenn ihr jetzt hier weitere Punkte setzt, wie ich das jetzt hier gerade mache, der war jetzt vielleicht nicht so gut, dann setzt er automatisch die Farben und wenn ich sage, ich will einen Punkt weg haben, dann mache ich diesen Eraser Mode on hier unten und radiere den weg. Ich muss den jetzt hier ausmachen, den Radius kann ich hiermit bestimmen und auch hier, indem ich das kleine Tool hier nehme, in dem Kreis, das ist ja ganz praktisch, damit ich nicht alle Punkte weg mache, sondern nur ein paar, aber das mache ich jetzt wieder aus und setze hier wieder ein bisschen was hin. Oder wenn ich sage, ah, das ist mir vorher doch besser gefallen, als das noch automatisch war, dann können wir wieder auf Get Auto Points, Auto, Auto, Auto Points und dann haben wir wieder das Ursprungsbild und können das hier weiterhin bearbeiten, indem wir hier noch kleine Punkte setzen. Zum Beispiel, ich mache das jetzt mal ganz kurz, indem wir hier noch ein bisschen mehr Textur reinbringen und wir sehen hier unten, schimmert das andere, das Originalbild quasi noch ein bisschen durch, aber das kann man auch, indem man hier an dem Rand noch ein paar Punkte setzt, beheben und hier sage ich, ah, da habe ich den jetzt falsch gesetzt, dann mache ich den einfach wieder weg, indem ich das Eraser Tool einfach auf 10 mache und es wieder ausmache und dann, ja, vielleicht doch, nee, dann machen wir es lieber hier weg und ich sage, ja, hier muss noch einer hin und hier und dann habe ich vielleicht mein Bild schon, das ist bei jedem Bild anders, das fand ich jetzt nur ganz cool, weil es eben so viele unterschiedliche Farben hat und Optionen, die man da machen kann, aber es gibt natürlich, bei jedem Bild müsst ihr gucken, manche funktionieren gar nicht, aber manche funktionieren wirklich gut und dieses Programm bringt wirklich einen nach vorne. Und jetzt, wenn wir hier fertig haben, wir können auch die Hintergrundfarbe ändern, von diesem Grauen oder mit Leertaste einfach die einzelnen Sachen ausblenden oder hier erweitern, das Bild zum Beispiel, wenn ich sage, ich will jetzt, ähm, z.B. ein größeres Wallpaper machen oder so oder ein Ausschnitt oder es soll irgendwie so, äh, cool aussehen. Hier unten ist jetzt doof, weil wir das da nicht so schön, ähm, ja, quasi bearbeiten können und wenn wir genau auf die Punkte nochmal draufklicken, kriegen wir die auch so weg, aber ich sage mal, das ist ganz hübsch jetzt, indem wir hier vielleicht nicht zu nah dran gehen, holen wir den hier auch mal weg, müssen wir, entweder treffen wir genau die Punkte oder wir machen das eben mit dem Eraser-Tool und sagen wir mal, jetzt haben wir hier unser abstraktes Kunstwerk fertig und das möchte ich jetzt gerne exportieren, dann können wir das hier oben machen, äh, Format auswählen, ein Vektor, äh, oder Bitmap, ich lasse jetzt mal Bitmap und dann kann ich es z.B. hier speichern, indem ich LOL sage oder so und dann habe ich mein Bild gespeichert und kann das dann in einem weiteren Programm bearbeiten und was ganz cool ist, ich kann mir hier auch eine Vektordatei ausgeben lassen, ähm, dann kann ich das unendlich groß skalieren und, äh, verliere keine Qualität, aber das ist ein anderes Video, das sind jetzt mal die Basics, äh, so viel gibt es hier gar nichts zu machen, das Programm übernimmt schon die meiste Arbeit für euch, ihr könnt dann nur noch ein paar Punkte nachsetzen oder eben wieder löschen, aber ich würde sagen, das ist ein super Tool und hohen Respekt an den Macher, also ich finde das sehr cool gemacht und dieses Tool kann man wirklich gut gebrauchen für irgendwas und die Ergebnisse daraus sehen wirklich, wirklich geil aus. Ja, wenn es euch gefallen hat, dann lasst einen Daumen nach oben da, ich brauche mehr positive Rückmeldung von euch und, ähm, ja, wir sehen uns nächste Woche wieder, bis dahin ein schönes Wochenende und ciao!